Ja, alle kennt den heftigen Widerwillen, der sich bisweilen in uns regt, wenn wir unseren Kopf aus den Büchern heben und die Welt ansehen müssen. Eine pochende Abscheu vor allem, was die Jetztzeit uns zu bieten hat, die ergreift uns, ergreift Besitz von uns und will uns nicht mehr loslassen. Wie verfault das alles ist, wie oberflächlich die Menschen sind, wie dumm und gewöhnlich und wie falsch und minderwertig das, was von Geist und Kultur noch übrig geblieben ist aus längst vergangenen Tagen. Dann erinnern wir uns von dem Glück, von dem die Kunstwerke uns sprechen, die Gedichte, die Erinnerungen an die hohe Zeit, an die Bücher, die uns als letzte Zuflucht noch geblieben sind. Vielleicht war es eine Zeit, die nie existierte und doch denken wir an sie zurück wie an den Körper einer toten Geliebten. Und wenn der Widerwille und der Ekel uns heraustreibt, uns drängt, etwas zu tun, nicht untätig da zu sitzen und Bücher zu wälzen, Käfer zu studieren und höchstens noch in den Wald zu gehen, dann schreiben wir vielleicht ein Buch. Ein Buch, das Kunde tun soll von diesen hohen Zeiten und retten soll, was als Möglichkeit für eine ferne Zukunft übrig bleibt. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr haltet nichts von dem hier, wie es hier ist derzeit. Ihr habt die real existierende Demokratie kritisiert. Ihr habt die Hoffnung in Politik und Medien längst verloren. Ihr seid enttäuscht von Parteien und Bewegungen. Und dann habt ihr ein Buch darüber geschrieben, in dem ihr eurer Verachtung Luft verschafftet, aber auch eine Möglichkeit aufschienen liest. Ein Konzept für die Zukunft, eine Rettung, eine Utopie. Vielleicht war es auch kein Buch, sondern ein YouTube-Video oder ein Artikel, ein Blogpost oder ein Tweet oder eine Stellungnahme auf Facebook. Vielleicht habt ihr auch einfach nur mit Menschen über euren Ekel und an der Welt und an der Dummheit der Menschen gesprochen und auch über eure Träume für ein besseres Land gesprochen. Immer wieder gesprochen, penetrant gesprochen. Oft, zu oft. Nach und nach habt ihr euch den Ruf eines Umstürzlers erworben, eines Rebells, eines Bürgerschrecks, eines unbequemen Freigeistes. Jemand, der die verachtet, die die Philister lieben. Und plötzlich erhaltet ihr eine Nachricht. Die AfD findet gut, was ihr macht. Der Führer der Partei persönlich möchte euch besuchen kommen. Er hat eure Videos gesehen oder gehört, wie ihr über die etablierte Politik sprecht. Über den Sozialismus, über die totalitäre Linke, über SJWs, über Identitätspolitik und alles das, was modern und modern ist und faul in unserem Staat. Hey, auch wir finden Moritz Neumeyer doof. Auch wir hassen Reich Anders. Ja, sie denken, du fändest ihre Partei nicht genauso abstoßend wie alle anderen. Was tust du? Dich von der Umarmung des Teufels freimachen? Den Bresthauch der Hölle meiden, wie der Teufel das, naja, öffentlich Buße tun und Rückkehrschwören in den warmen Schoß des Mainstreams? Oder gar der Versuchung nachgeben, der Verführung der Macht? Denn wo Politik ist, da ist Macht und Geld und Einfluss. Das Spiel des Teufels mitspielen? Mephistos Wette? Eingehen und sehen, ob man als Letzter vom Pferd springen kann, bevor es in den Abgrund stürzt? Lässt du dich vereinnahmen von der dunklen Seite der Macht? Was tust du? Ernst Jünger mag in dieser Situation gewesen sein, bevor er seinen Roman auf den Marmorklippen schrieb. Er war ein entschiedener Gegner der Weimarer Republik. Er hatte in Büchern wie in Stahlgewittern und Texten wie Feuer und Blut seine Kriegserfahrungen auf eine Weise verarbeitet, die sogar Hitler gefiel. Mit einem Menschenbild, das Männlichkeit, Schmerz und Opfer, Disziplin und Hierarchie in den Mittelpunkt stellt. Er war, wie Siegfried Lenz schrieb, ein stilvoller Verächter des Leids und ein Verherrlicher des Krieges. In seinen Texten, der die Ideale der deutschen Romantik und der Lebensphilosophie widerspiegelt, propagiert er eine Militarisierung aller Lebensbereiche. Nach ihm konnte Deutschland gar nicht national, ja nationalistisch genug sein. Jünger war für eine gewaltsame Zerschlagung der Weimarer Republik und für eine Errichtung einer nationalen Diktatur. Liberalismus, Individualismus, Pazifismus, Humanismus lehnte er ab und auch die Demokratie hasste er wie die Pest. Die Gegenwart, der bürgerlichen Geist, das rationalistische und materialistische Zeitalter, das verachtete er alle. Eine Regung des gemeinschaftlichen Gefühls, ein Bewusstsein der Idee und der Nation, eine gemeinsame Unterwerfung unter eine Idee, das konnte Rettung sein. Und das hat die Nazis natürlich angezogen, wie Scheiße, die fliegen. Und Jünger selbst begab sich in ihren Dunstkreis. In den 1920er Jahren sympathisierte Jünger mit dem Kreis um Hitler und Ludendorff, der den Novemberputsch organisiert hat. Mit Goebbels verkehrte er eine Zeit lang. Er schrieb für die Sonderbeilage der Stahlhelmzeitung. Man kann sagen, er wollte sehen, wie weit er mit den Rössern des Teufels kommen würde im Leben. Zugleich aber war Jünger ein zutiefst unpolitischer Mensch. Also auch das ein Erbe der Romantik und auch seiner elitären Grundhaltung. Für Tagespolitik hat er sich nie wirklich interessiert. Früher ist er, wie man ihm vorwarf, in die Innerlichkeit ausgewichen. Auf die Kunst oder ins Kategorisieren von Käfern. Und irgendwann, als die NSDAP dann die Macht ergriffen hatte, wurde Jünger klar, auf welches Pferd er da gesetzt hatte. Auch er war für den Untergang der alten Ordnung. Doch er verachtete die Nazis. Aufgrund ihrer billigen Propaganda, ihrer Gewöhnlichkeit und Erbärmlichkeit. Auf weitere Umarmungsversuche reagierte er nur mit einem, ich möchte lieber nicht. Das hatten die dann auch irgendwann gemerkt. Jünger näherte sich der Zone der Kopfschüsse, wie es heißt. Eine Zeit lang konnte er sich zurückziehen in die vornehme Stille seiner inneren Emigration. Aber eines Tages kommen sie heran. Bis an die Grenze des Landstücks, auf dem du deinen Elfenbeinturm errichtet hast. Irgendwann kommt der Tag der Entscheidung. Du kannst dich nicht länger verstecken. Du kannst dich nicht länger nicht verhalten. Sich nicht zu entscheiden, das bedeutet dann, sich für das Böse zu entscheiden. Wie erbärmlich, wie trivial das ist. Dieses, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Was tun? Jünger Tat, bis einem Schriftsteller übrig bleibt. Ein Roman schreiben. Auf den Marmorklippen erzählt den Versuch, sich der Umarmung zu entreißen, Distanz einzunehmen, innere Freiheit zu finden. Darin erzählt jemand von seinem Leben auf dem Land, der großen Marina mit alten Hafenstätten, Weinbergen. Und dann die Kampagna erlebt mit seinem Bruder dort als Botaniker in einer Kulturlandschaft, die teilweise so an Italien und teilweise an den Bodensee erinnert. Traditionen der Hirten und der Bauern werden geschildert, die Flora und Fauna, der Alltag der Brüder. Aber über allem hängt bereits die Drohung des Terrorregimes des Oberförsters, zu dessen Mauretania-Orden der Erzähler früher auch einmal gehört hat. Er hatte Sympathien für dessen Ideologie. Man hat bei der Figur des Oberförsters an Hermann Göring gedacht, manche an Hitler, manche an Stalin. Die Banden des Oberförsters, die machen die Gegend unsicher und verbreiten Angst und Schrecken. Die Brüder entdecken dann irgendwann im Wald eine Schinderhütte, in der unzählige Leichen liegen und das Grauen herrscht. Sie erfahren nun, wozu der Oberförster in der Lage ist und trotzdem entscheiden sie sich gegen den Widerstand. Am Ende müssen sie dann aus dem besetzten Land nach Altaplaner fliehen und zusehen, wie alles in Flammen aufgeht. Ihr kennt das. Auf den Marmorklippen ist ein rätselhaftes Buch. Die Landschaften sind nicht klar zuordnenbar, die Figuren bleiben schemenhaft. Es spielt in einer mythischen Welt, germanisch, griechisch, christlich, mit Anspielungen auf die isländische Niala-Saga. Jüngers Sprache ist oft märchenhaft, entrückt. Der Stil ist poetisch und symbolisch voller Andeutungen. Das steht aber auch in krassem Gegensatz zu dem, was da geschildert wird. Der offene Terror des Oberförsters, die Grauen der Schinderhütte, die an Bilder aus dem KZ erinnern, die Feuer aus Brünste und die Zerstörung einer alten Kultur. Und genau das ist Jüngers Programm. Wenn wir die Zerstörung schon ansehen müssen, dann müssen wir uns irgendwie zu ihr verhalten. Der alte Kriegsveteran Jünger hat gelernt, dass der einzige Weg, den Schrecken zu ertragen, die innere Distanzierung, eine Abhärtung und Kühle ist. In den Marmorklippen erreicht er sie dann durch einen höchsten Grad an Ästhetisierung. Und was sind die Marmorklippen? Anders als eine Erhebung über die widerwärtigen Abgründe des menschlichen Allzumenschlichen. Was, wenn die Welt so voller Fäulnis geworden ist, dass sich nur noch die Luft auf den Marmorklippen ertragen lässt? Gerade die Szene an der Schinderhütte ist skandalös kalt geschildert. Die Bilder sind von einer Starrheit und Leblosigkeit, in der vielleicht die einzige Rettung liegt. Auch die Vernichtung der Marina ist glorreich in ihrer unbeteiligten Erhabenheit. Da heißt es, von allen Schrecken der Vernichtung stieg zu den Marmorklippen einzig der goldene Schimmer empor. So flammen ferne Welten zur Lust der Augen in der Schönheit des Untergangs auf. Es ist geradezu ein Kult der Kälte, der hier gefeiert wird. Jüngers einzige moralische Reaktion auf die Gewalt und die Gräueltaten ist ein kaltes Mitleid, wie es Karl-Heinz Bohrer formuliert. Aber warum? Warum nicht das Übel mitfühlen, klagen, warum nicht warnen, Konsequenzen ziehen? Schließlich war es erst 1939, als Jünger den Roman schrieb. Da war doch noch nicht alles beschlossene Sache. Oder doch? Für Jünger war es das vielleicht. Und zwar seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die alte Ordnung musste untergehen. Und wenn auch die Vernichter zu verachten sind, liegt in der Vernichtung doch eine Unabwendbarkeit, die sie geradezu anmutig macht, anmutig und begrüßenswert. Erst in der Vernichtung, weiß Jünger mit Nietzsche, liegt der Keim für etwas Neues, Schönes, Höheres und Wertvolles. Was fällt, das soll man auch noch stoßen, sagt Nietzsches Zarathustra. Jünger steht auf den Marmorklippen und sieht dem Fallenden mit ästhetischer Heiterkeit zu. Das Los der Gequälten scheint eher den Genuss des Schauspiels zu erhöhen. Das war meine Interpretation von Ernst Jüngers auf den Marmorklippen. Dazu herausgefordert hat mich Nikolaus der Gottlose, der zeitgleich seine Interpretation gemacht hat. Ihr findet den Link zu seinem Video in der Beschreibung. Ich weiß nicht, wie er an den Roman herangegangen ist. Er weiß nicht, wie mein Video geworden ist. Aber ihr, ihr könnt jetzt beide Videos miteinander vergleichen und sie bewerten. Also, das ist jetzt die erste Folge des legendären Formats Schlag den Kaiser, in dem ihr mich mit einem Thema herausfordern könnt. Also, wir können dann beide zur gleichen Zeit ein Video mit unserem individuellen Zugang zu einem Werk oder einem philosophischen Problem machen. Seht euch also bitte auch das Video von Nikolaus dem Gottlosen über Jüngers Marmorklippen an. Vergleicht es mit meinem und dann schreibt in unsere Kommentare, welches ihr besser fandet und angemessener. Der Gewinner bekommt Ruhm und Ehre und der Verlierer muss Nikolaus YouTube-Kanal löschen. Das war's für heute auf Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017